Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gerne dein Like, dein Kommentar und auch dein Abo da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und jetzt geht's auch direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir sehen, was der Tag für dich bereithält. Und es geht los mit dem Reisen. Eine Reise in der nahen Zukunft wird dein Leben auf positive Weise verändern. Und diese Reise beginnt im Hier und Jetzt, denn es geht heute nicht nur um die Planung einer Reise, sondern um allgemein die Planung in deinem Leben. Es wird hier nicht ganz so einfach werden heute. Denn man sieht hier die schicksalhaften Gespräche. Es kann zwischen Streit und Wiedergutmachung, Versöhnung, alles vertreten sein. Aber die erste Thematik liegt sehr stark in der Diskussion. Das heißt, die Reise will dir auch aufzeigen, in welche Richtung sich dein Leben jetzt so ein bisschen lenkt, wo du gefestigter wirst und wo du loslassen musst. Wir haben hier zentral zum Glück das Glückliegen allgemein, auch den Erfolg mit der Sonne und die Beständigkeit mit dem Hund. Aber die Problematik ist, die Kommunikationsbasis ist heute nicht gegeben, zumindest nicht von Anfang an. Hier musst du in die ganz starke Öffnung, dich also so gesehen verletzlich machen, um das herauszuholen, was du als Wunschergebnis auch hast, nämlich Harmonie. Und diese Harmonie schwingt aber erst im Fortschritt mit, wenn hier mal der Gedankenaustausch auf ganz gerade und ehrliche Weise stattgefunden hat. Denn man merkt, in der Kommunikation wurde nicht immer alles ausgesprochen. Und Gedanken werden zurückgehalten. Dadurch kann aber keine konstante und treue Kommunikation bestehen. Wenn diese Kommunikation bestehen bleiben soll, dann müsst ihr euch beide eröffnen. Das kann jetzt Partner sein, das kann aber auch Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte sein, dass hier der Erfolg einzieht. Und der Erfolg zieht ein. Die Problematik ist nur, Menschen, die nicht zu dir ins Leben gehören, die werden dies heute als Angriff sehen. Es geht aber eher darum, nicht zu kompensieren, sondern ehrlich sagen, was einen stört, um die Lösung herbeizuführen. Wir haben das Essen, die Ernährung, Beziehungen und Gesundheit. Ja, die Beziehungen stehen hier natürlich ganz klar in vorderster Front. Und auch die Gesundheit wird damit viel besser gestärkt und gefestigt. Ja, auch die mentale Gesundheit. Denn so musst du nicht mehr zurückhalten. Du sollst jemanden beleidigen. Verstehe das nicht falsch. Die Beziehungen werden heute aber auf ein besonderes Niveau kommen. Die Spreu trennt sich vom Weizen, wie man so schön sagt. Und das Glück offenbart eben deine Seelengefährten und deine schicksalhaften Begegnungen im Leben. Diese Beziehungen bauen sich auch aufeinander auf und weisen Stärke zur Schwäche und Schwäche zur Stärke. Und dadurch wird sich hier ganz klar auch aufgebaut, mit welcher Energie du dich ernährst. Was hat dich bisher immer wieder stabilisiert? Genau, gar nichts, weil du dich von allem hast runterziehen lassen. Und heute ist eben dieser Tag, wo dieser Knoten platzt. Ja, weil du jetzt einstehen kannst. Du kannst deine mentale Gesundheit und körperliche Gesundheit durchs Energiefeld natürlich auch wieder voranbringen. Und vor allem in den Beziehungen siehst du nicht nur, dass du hinterher rennen musst oder dass du nett sein musst, sondern du siehst auch die Fairness wieder. Ja, die Fairness in Kommunikation, in Zusammenhalt miteinander, aber auch in der Offenheit zueinander. Und die Offenheit liegt in der Ehrlichkeit und das eben im authentischen Feld der Seele. Da haben wir den Sommer mit dabei. Alles, worum du bittest, fließt dir im Sommer zu. Ja, wünschst du dir Sonne an den kalten Tagen. Das kommt auf jeden Fall im Sommer wieder. Aber nichtsdestotrotz liegt der Sommer für deine etwas weiteren Ziele als erfolgsversprechend da. Wir haben jetzt hier die Beziehungen, die du aufbaust. Vielleicht bist du auch so in der Art und Weise gerade zu überlegen, ob du dir für irgendwas Unterstützung suchst. Dann wird das Endergebnis im Sommer dein Leben zieren. Wichtig ist einfach nur, dass du verstehst, nichts kommt von heute auf morgen. Und nichts kann von heute auf morgen verändert werden und sofort den Erfolg bringen, den du dir wünschst. Deswegen der Prozess bis in den Sommer ist wichtig, weil wenn du vorangehst, wirst du immer wieder auf Wunden treffen, die sich verborgen hatten. Ja, deswegen liegt ja auch die große Öffnung da, auch die große Seelenöffnung. Und wenn diese Wunden sich zeigen, musst du dich denen wieder widmen, um die Last abzulegen, dass dein gesamter Fortschritt hier in diesem glücklichen Erfolgserlebnis auch bleiben kann. Und bis Sommer ist wirklich nicht so lang, wie man denkt. Ja, Reinigen und Klären im Badezimmer liegt heute natürlich präsent da und ist auch schön. Also ich finde es wichtig zu sehen, dass gerade in den Beziehungen die Klärung liegt, die Reinigung vom Energiefeld und somit auch dein Glück offenbart wird, welches du schon ziemlich lange hast auf der Strecke liegen lassen. Aber ziemlich lange kann jetzt für einen auch ein Tag sein, eine Woche oder ein Jahr. Das ist immer eine persönliche Einstellung. Ganz wichtig aber dabei ist, dass du verstehst, für den Fortschritt ist die Klärung notwendig. Du wirst hier nochmal ein schlechtes Gewissen bekommen. So, war das wirklich notwendig, dass ich jetzt so ehrlich sein musste? Oder vielleicht denkst du auch, warum hat die Person das oder das zu mir gesagt? Es war schon ein bisschen hart, aber es benötigt eben die Klärung. Denn wenn nicht geklärt wird, wirst du nicht vorankommen. Du wirst immer auf der Stelle stehen bleiben, denn keiner sucht gerne die Antworten, sondern kriegt sie präsentiert. Und es ist eben ein Tag, wo du jemandem eine Antwort geben kannst. Somit musst du aber auch auf eine Antwort gefasst sein, die dir vielleicht gefällt oder eben auch nicht. Aber es bringt dein komplettes Sein plus dein Bewusstsein in so ein positives Energiefeld, dass auch ein böses Wort vielleicht wehtut, aber man dann mit einem weinenden und einem lachenden Auge weiter sieht. Ja, das bist du, denn daraus wirst du merken, wie frei du dich fühlst. Du hast Dinge geklärt, du hast dein eigenes Sein wieder in die Harmonie getragen. Du bist auch wieder authentisch du selbst und doch hast du das Gefühl, irgendwas fehlt. Jetzt fehlt noch ein bisschen die Beachtung zu deinem Sein wieder, dass du dem, was du jetzt getan hast, zusprichst, dass du für dich anerkennst, okay, ich habe das gebraucht. Dass du dir aber auch selbst anerkennst, dass du da ein bisschen zu lange gewartet hast, weil dir eben das Fundament gefehlt hat. Heute hast du natürlich deine himmlischen Helfer bei dir, die dir diese Kraft geben. Aber bleib in der Kommunikation auch in den nächsten Tagen, Wochen und am besten vielleicht sogar jeden Tag in deinem Leben immer ehrlich, klar und respektvoll. Du wirst merken, dass es etwas Individuelles ist, was dir so sonst keiner mehr schenkt, vor allem heutzutage. Dein wahres Selbst präsentiert sich nämlich nicht aus dem, was du denkst, was das Außen von dir denken könnte, sondern nur von dem, was du von deinem Herzen aus von allein geben kannst. So wie ich zum Beispiel meine Tour nächstes Jahr, die Reise zur Selbstliebe, Selbstliebe küsst das innere Kind 2023, der 4,5 Stunden Workshop mit Seminar, mit Verkostung und mit Getränkenversorgung auch vielleicht in deiner Stadt. Check hier auf jeden Fall ab, ob du ein Ticket möchtest, vielleicht mit einer Freundin, Bekannten, mit dem Partner. Da wird dir so einiges aufgezeigt und ich freue mich auch mal, dich dann live sehen zu können. Und es ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Vergangenes Leben, Begabung und Rückblick. Ja, hier kannst du jetzt rückblickend darauf achten, in welcher Situation du das hättest vielleicht sogar früher schon machen können. Diese Kompromissfindung, diese Klarheitsfindung, aber eben auch, du wirst sehen, dass es im vergangenen Leben ein Energiefeld war, was mitgewandert ist. Wichtig und richtig ist aber auch, dass dadurch dein authentisches Sein wieder hervorscheint und somit deine Gaben wieder erwachen.